Ich kenne ihren Jezorn, ihre Unbedachtsamkeit. Und sie sind eitel. Sie sind von sich eingenommen, Kadett Trenk. Ich sage nicht mal zu unrecht, ich sage nur zu sehr. Meine Schwester, Prinzessin Anna Amalia, Cornet von der Trenk. Einer meiner talentiertesten Schüler. Trenk, ich will ihr Leben für mich. Als ihr König, ihr Lehrer und vielleicht ihr Freund. Cornet, Majestät. Sie sind entlassen, Cornet. Majestät. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Entschuldung. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtot. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbeierer-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und der ein ausgerechnet Himmler. Getreusene wird treu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Fett wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht!